Es gab einen furchtbaren Crash. Du hast Glück, dass du noch lebst. Wow! Stopp! Bleib wo du bist! Du bist... Meine Frau! Meine Frau! Oh mein Gott! Frau! Tut mir leid. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Wer bist du? Es ist so laut hier. Sie nennen es Lärm. Ist bei allen Männern auf dem Planeten so. Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar. Wo sind die Frauen geblieben? Sie sind tot. Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm? Es ist seltsam zu sehen, was du so denkst. Ich finde es auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden oder... Oder willst du mich mit einem Steiner schlagen? Ich kann deinen Hund leiden. Er ist stärker als er denkt. Er denkt, er denkt, er denkt, er denkt. Pass auf deinen Lärm auf. Schlange. 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 Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um. Steig ins Boot! Viola! Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen. Ich muss sie beschützen. Sie beschützen. Beschützen. Mit ihrer Macht wird er unberechenbar. Ich will sie haben, bevor sie ihn warnt. Wie viele werden kommen? 100? 200? Tausender. Ich bin Todd Hewitt. Sei ein Mann. Kämpf! Sei still! Ich versuch's ja. Komm schon, kämpf! 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 Kämpf!